ja hallo ich bin wieder da in einstellungen habe ich folgendes vorgenommen und zwar die bildraten begrenzung habe ich auf 60 gestellt diese auflösung habe ich nur bs auch eingestellt obs nimmt zurzeit das video mit 30 fps auf mal gucken ob es einen unterschied dann macht dass das dass das programm die halbe frame rate aufnimmt oder nicht ich meine ob das spiel dadurch hier nicht also ob dadurch der computer beim massen schlachten nicht daher kommt oder nicht mal gucken ich spiele hier wieder rot weil letzte runde war die letzte runde die ich auf dieser karte gespielt habe war sehr schnell daher gehe ich jetzt diesmal aber mal richtig rein und laute töne ja die frame rate scheint soweit schon mal ganz gut zu sein nein bin drauf wieder reingefallen muss ich echt noch üben nein er hat zuerst geschmuck langschlap bantaggio wait a second wait a second langschlap 14 1 9 9 18 19 19 20 26 26 26 30 halt was nein 40 äh ok Das Langschwert hat er vielleicht aufgehoben, keine Ahnung. Okay. Hä? Okay. Wie hat er mich eingeholt mit solch schwerer Rüstung? Okay. Nein, haltet das Ding! Haltet das Ding! Ja, jetzt? Toll! Komm doch rein! Komm doch rein! End damit! Mann! Warum muss ich drei Sekunden warten? Ah, da sind die... Hör, die sind ja überall! Mann! Die sind überall! Hör, wie läuft das Spiel jetzt eigentlich? Ach, Mann! Hör, wie hat er mich... Wie hat er das geglockt? Nein! Ey! Ey! Die schieben doch Ding zu Schweine! Ah, dagegen rennen! Ah, haltet den! Halte die Stellung! Massenkämpfe sind laut Systemstärke nicht so meins. Nein, 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 nein. Ey! Nein! Ah! Ich komm... Ich verhalte mich so, als hätte ich das Training verlernen. Oh, mein Gott. das wird doch nicht Zeit zu kämpfen, statt hier versuchen die Fronten zu durchbrechen Was? Ach komm schon Ja das war wieder eine schnelle Schlacht 6 Minuten, ach komm schon wieder Hier, Card, 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 nein, 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 Card, na gut ok Ja, danke fürs zuschauen, ich schau mal in der Aufnahme wie das jetzt war mit der Flüssigkeit der Framerad, diesmal habe ich nicht so sehr darauf geachtet bei Massenschlachten Danke fürs zuschauen, bis zum nächsten Mal, die Folge kommt ja gleich im Anschluss Danke